Futuristische Technologien geben uns bereits heute Ausblicke auf die Zukunft der Automatisierung. Wir sind jahrzehntealten Vorstellungen aus Science-Fiction-Romanen schon sehr nahe. Automatisiertes Fahren existiert bereits heute. Die Technik von selbstfahrenden Fahrzeugen ist teilweise schon ausgereift. Echtzeit, Datenverarbeitung und Vernetzung automatisiert fahrender Autos sind Realität. Dabei sind wir noch nicht am Ende der technologischen Reise angelangt. Von der Übernahme der Hand- und Beinmechanik bis hin zum fahrerlosen Fahren. Die Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmenden und Verkehrszentralen benötigt noch etwas Zeit und wird erst in ein paar Jahren in allen Städten und Gemeinden verfügbar sein. Pilotprojekte mit selbstfahrenden Bussen sind aber bereits heute Realität. Die Zukunft des automatisierten Fahrens bietet neben dem Sicherheitsgedanken viele weitere Einsatzmöglichkeiten und Vorteile. Von der Organisation und Steuerung des Verkehrsflusses über das Platooning, bei dem mehrere hintereinander fahrende LKWs von nur einem gesteuert werden. Bis hin zu automatisierten Taxis, welche den Verkehr in der Stadt revolutionieren werden. Technologien, die für die Vernetzung und Automatisierung der Fahrzeuge notwendig sind, gibt es bereits. Aber dass das Fahrzeug alleine entscheidet, liegt in noch unabsehbarer Zukunft. Welche Technologien gibt es heute schon? Welche Auswirkungen haben diese auf unsere Gesellschaft? Und was bringen sie in Zukunft mit sich? Hierzu kannst du dich bereits heute informieren. www.emobil-sw.de slashtiamant